Dritte Geschichte von Waldzwergen, Dachsen und einem falschen Eindruck Zwerge sind kräftige Burschen, das ist allen Bewohnern des Mäusewaldes bekannt. Sie hatten seit jeher als Goldschürfer in tiefen Bergwerken oder als Schmiede gearbeitet oder waren Wächter bedeutender Brücken gewesen, bis Trolle diese Aufgabe übernommen hatten. Auch die Zwerge, die im Mäusewald leben und daher Waldzwerge genannt wurden, waren harte Arbeit gewöhnt, auch wenn sie aus der Sicht eines muskulösen Zwerges oft gar nicht so anstrengend war, wie allgemein angenommen wurde. Drei dieser Waldzwerge, die selten einer Herausforderung aus dem Weg gingen, lebten in einer Wohngemeinschaft mitten im Mäusewald. Der Name des ältesten Waldzwergs war Steinberg. Er war 85 Jahre alt. Auch nach zwergischen Maßstäben war er also nicht mehr der Jüngste, aber immer noch grün hinter den Ohren. Das behaupten zumindest Vater und Großvater, wenn sie bei Familienfeiern zusammensaßen und den kleinen Steinberg an der Nase herumführen wollten. Seine Mitbewohner hießen Holzer und Schmiedeeisen. Holzer war 73 Jahre alt und hatte einen prächtigen roten Gabelbart. Schmiedeeisen war der Jüngste der Zwerge und hatte gerade seinen 71. Geburtstag hinter sich gebracht, jedoch ohne größere Aufmerksamkeit zu erregen, denn Zwerge feiern zwar laut und zu vielen Gelegenheiten, aber Geburtstage zählen nicht dazu. Vielleicht haben sie einfach zu viele. Die Wohnung der Waldzwerge lag tief im Wald, halb unter der Erde. Unter ihr gab es Keller und Schächte, die bis tief unter den Waldboden reichten. Zwischen Baumwurzeln hindurch hatten die Zwerge die Schächte immer tiefer ins Erdreich getrieben, in der alten Hoffnung, doch noch auf Bodenschätze zu stoßen. Um ihre Wohnung herum hatten die drei Zwerge große Beete angelegt, auf denen sie Zwergwurzeln anbauten. Zwergwurzeln sind nicht besonders kleine Wurzeln, sondern heißen so, weil sie ausschließlich von Waldzwergen angebaut werden, die sich darauf verstehen, aus den Wurzeln kostbaren Blausaft herzustellen. Blausaft ist unter den Waldbewohnern aufgrund seines interessanten Geschmacks und der nicht ganz eindeutigen Wirkung sehr beliebt. Überhaupt wäre im Mäusewald niemand auf die Idee gekommen, den Begriff Zwerg mit der Eigenschaft klein gleichzusetzen, war ein Zwerg doch ein beachtliches Stück größer als eine Maus, ein Eichhörnchen oder ein Fuchs. Ein Fuchs könnte es einem Zwerg nur gleich tun, wenn er auf den Hinterbeinen liefe, so wie Eichhörnchen und Mäuse es häufig tun. Nun, zugegeben von Zeit zu Zeit, wenn niemand hinsieht, probieren auch Füchse den aufrechten Gang. Aber wer schon einmal einen Fuchs auf zwei Beinen herumlaufen sah, der weiß, weshalb sich diese schlauen Tiere dann doch wieder für das Leben als Vierbeiner entscheiden. Es sieht so ähnlich aus, als ob Menschen zum Spaß auf allen Vieren laufen. Unmöglich. Neben ihrer kräftigen Statur und dem Wissen um die Herstellung des außergewöhnlichen Blausafts gab es noch eine weitere Eigenschaft, die alle drei Waldzwerge auszeichnete. Sie waren mürrisch. Niemand wusste, weshalb oder seit wann das so war. Auch die Waldzwerge konnten sich nicht mehr daran erinnern und suchten deshalb jeden Tag nach neuen Gründen, um mürrisch zu sein. Sie wären froh gewesen, wenn sie keine gefunden hätten, doch Gründe gab es immer und das machte sie noch launischer. Eines Morgens saß Steinberg am Küchentisch der akkuraten Zwergenwohnung und wartete auf seine Mitbewohner, die vor einer halben Stunde in den Keller aufgebrochen waren, um Honig für das Frühstück zu besorgen. Die Lebensmittel wurden von den Zwergen im Keller verwahrt, denn in den kühlen, dunklen Stollen hielten sie sich länger. Steinberg hatte schon alles vorbereitet. Er hatte kühle Milch besorgt, hatte ein großes Brot in fingerdicke Scheiben geschnitten und frische Butter bereitgestellt. Nun fehlte nur noch süßer, goldener Honig. Steinberg hörte ein lautes Grummeln aus Richtung der Kellertür. Dieses Grummeln kannte er gut. Der Zwerg ahnte bereits, was ihm bevorstand. Endlich stiegen seine Mitbewohner die knarrende Kellertreppe zurück hinauf in das Wohnzimmer und sahen bedrückt zu Steinberg hinüber. »Wir haben kein Honig mehr«, sagte Schmiedeeisen und fummelte grimmig an der Lampe herum, mit der er eben noch die Tiefen des Kellers ausgeleuchtet hatte, und machte dabei den Eindruck, als ob ein Frühstück ohne goldenen Honig eigentlich gar kein richtiges Frühstück sein konnte. »Und hier oben werden wir auch kein auftreiben können«, brummte Holzer. Dann bewegte er die Zunge nachdenklich im geschlossenen Mund hin und her und schmatzte leicht, ganz so, als wollte er sich den süßen Geschmack, auf den sie jetzt verzichten mussten, zurück ins Gedächtnis rufen. Dabei wackelte der rote Gabelbart an seinem Kinn hin und her. »Pah«, sagte Steinberg, »was Zwerge relativ häufig tun.« »Pah«, rief er, als er polternd von seinem Stuhl aufsprang, »es ist immer dasselbe, das verdirbt uns den Tag.« Er griff sich mit beiden Händen an seinen breiten Ledergürtel, so als wollte er zeigen, dass er für einen weiteren Tag bereit war, der nicht viel Gutes zu bringen versprach. Als er sich etwas beruhigt hatte, grummelte der Zwerg, »also gut, daneben nicht«, und schließlich setzten sich die Zwerge an den Tisch und aßen ihr Frühstück, wenn man das überhaupt so nennen konnte. »Pah«, sagte Steinberg mit vollem Mund. Später rüsteten sich die Zwerge für die Arbeit auf den Wurzelbeeten. Sie hängten sich Sammelbeutel zum Einsammeln der reifen Zwergwurzeln über die Schultern und nahmen sich Schaufel und Hacke und was sie sonst noch für ihre Arbeit benötigten zur Hand. Ohne ein Wort zu wechseln, verließen die Waldzwerge ihre Wohnung. Die Rufe eines Kuckucks erklangen zwischen den Bäumen, als Steinberg, Holzer und Schmiedeeisen ihre Beete betrachteten. Es würde eine überaus reiche Ernte werden. Viele dicke Zwergwurzeln waren herangereift und warteten darauf, zu köstlichem Blausaft verarbeitet zu werden. Schmiedeeisen begann vorsichtig damit, die Erde um die kostbaren Pflanzen herum mit einer Hacke aufzulockern. Holzer machte sich daran, die großen Körbe, in denen die geernteten Wurzeln schließlich gesammelt wurden, auf Löcher und andere Schäden hin zu überprüfen, die seit ihrem letzten Einsatz entstanden sein mochten. Aber es schien, als seien sie in bestem Zustand, obwohl sie schon seit Wochen unter freiem Himmel gestanden hatten. Vor dem Beginn der Ernte pflegte Steinberg in Ruhe seine Pfeife zu rauchen, die er in einem der Beutel an seinem Gürtel verwahrte. Er begann mit dem Tabakstopfen, und gerade als er sich seine Pfeife mit Hilfe eines Holzspans und einem von Verwandten in Handarbeit hergestellten Feuerzeugs anzünden wollte, erschreckte ihn ein lautes Rufen so sehr, dass ihm die Pfeife aus dem Mund fiel. »Hallo, wir brauchen Hilfe!« rief ein Dachs aus einiger Entfernung, während er auf den Zwerg zulief. Holzer und Schmiedeeisen gesellten sich zu ihrem Mitbewohner Steinberg und warteten ab, was der Dachs ihnen zu sagen hatte. »Entschuldigen Sie!« begann der Dachs ganz außer Atem und stolperte dabei das letzte Stück den Zwergen entgegen. »Wir sind vor kurzem in die Nachbarschaft gezogen!« sagte er und zeigte nervös in irgendeine Richtung. »Unser Wagen! Wir transportieren die Möbel meiner Schwiegereltern! Wenn der umkippt! Meine Frau wird nicht!« Der Dachs schien Schwierigkeiten damit zu haben, sich vorzustellen, was seine Frau ihm antun würde. »Bitte kommen Sie!« bat er aufgeregt. »Sicher! Wir lassen hier dann einfach alles stehen und liegen!« sagte Steinberg und klopfte den Tabak aus dem Kopf seiner Pfeife. Er seufzte. Die Ernte musste warten. Die Waldzwerge folgten dem Dachs bis zu jenem Ort, an dem der Wagen mit dem Mobiliar seiner Schwiegereltern in Gefahr geraten war. Der große Holzwagen war mit alten Schränken und anderen antiquarischen Möbeln beladen. Angetrieben wurde er von einem fahrradartigen Gestell am vorderen Ende, zumindest wenn er nicht gerade im Schlamm steckte und umzukippen drohte. Neben dem Wagen wartete die Frau des Dachses und versuchte, Ruhe zu bewahren. Sie schien aber nicht viel Erfolg zu haben. Als sie ihren Mann und die Zwerge kommen sah, lief sie ihnen schnell entgegen und wandte sich gleich an die Fremden, die aussahen, als ob sie nützliche Helfer wären. »Sie helfen? Der Wagen, sehen Sie, sehen Sie?« fragte die Frau ernst. Steinberg, Holzer und Schmiede Eisen konnten den Wagen gut erkennen, schließlich stand er direkt vor ihnen. Schmiede Eisen grummelte leise. »Die Möbel meiner Eltern dürften auf keinen Fall beschädigt werden,« fuhr die Dechsin aufgeregt fort. »Großer ideeller Wert. Erinnerungen hängen daran, verstehen Sie?« Die drei Waldzwerge hatten keinerlei Verständnisschwierigkeiten. Schmiede Eisen grummelte etwas lauter. »Also an die Arbeit,« sagte Steinberg, und schon begannen sie, einen Plan auszuarbeiten. Holzer lief um den Wagen herum und betrachtete ihn erst von der Seite und dann von vorne und schließlich von hinten. Schmiede Eisen untersuchte den Schlamm, in dem der Wagen auf einer Seite mit zwei Rädern eingesunken war, und Steinberg überprüfte die Beschaffenheit des Waldweges vor dem Wagen und dann hinter dem Wagen. Schließlich begannen die Zwerge, das Unterholz nach großen Ästen zu durchsuchen, mit denen sie die Räder aus dem Schlamm hebeln konnten. Während sie arbeiteten und planten, unterhielt sich die Frau des Dachses verschwörerisch mit ihrem Mann und blickte von Zeit zu Zeit auf, fast als ob sie befürchtete, dass die hilfsbereiten Waldzwerge Verdacht schöpften. Steinberg hatte zwar keine besonders guten Ohren, doch er hatte ein besonderes Gespür dafür, wann hinter seinem Rücken über ihn geredet wurde. Für ihn war es offensichtlich, dass sich die Dachse hinterhältig über ihn und seine Mitbewohner äußerten. Das machte ihn sehr mürrisch. Wenig später war es den starken Zwergen gelungen, den Wagen aus dem Schlamm zu befreien, indem sie lange Äste unter die festgefahrenen Räder gehebelt hatten. Dann stabilisierten sie das Gefährt, indem sie Zweige und Laub unter die Räder legten und sie so vor einem erneuten Einsinken bewahrten. »So, probieren Sie mal«, sagte Steinberg bitter. Der Dachs stieg auf das Fahrrad und trat kräftig in die Pedale. Der Wagen setzte sich rumpelnd mit seiner schweren Last in Bewegung und rollte scheppernd den Waldweg entlang. »Er funktioniert! Er fährt wieder«, sagte der Dachs keuchend, während er hastig strampelte und sich immer schneller auf dem Wagen entfernte. »Entschuldigen Sie, es ist besser, wenn ich nicht anhalte«, rief er laut. »Sonst fährt er sich wieder fest. Haben Sie Dank!« Seine Frau lief ungeschickt hinterher und schaffte es gerade noch, hinten auf den Wagen aufzuspringen. Sie setzte sich vorsichtig auf eine Kommode und so fuhr der schwankende Möbelwagen der Dachse rüttelnd über den Waldweg davon. Als Steinberg sicher war, dass die beiden außer Hörweite waren, ballte er die Fäuste und rief laut. »Pah!« Schmiedeeisen und Holzer sahen ihn fragend an. »Habt ihr nicht bemerkt, wie Sie hinter unserem Rücken über uns geredet haben?« fragte Steinberg zornig. Nein, das hatten sie nicht bemerkt, aber es gab zwei Dinge, derer sie sich sicher waren. Auf ihren Freund war Verlass, wenn es um so etwas ging, und so etwas konnten sie gar nicht leiden. Die Zwerge ärgerten sich. »Ich bin es gewohnt, dass die Leute nur angelaufen kommen, wenn sie Hilfe brauchen. Wirklich! Daran hatte ich mich schon gewöhnt,« sagte Holzer enttäuscht. »Aber dass sie überein reden, während man hilft, das ist doch!« Steinberg klopfte dem betrübten Zwerg auf die Schulter. Keiner von ihnen konnte sich vorstellen, worüber die Dachse sich hinter ihrem Rücken unterhalten hatten. »Solchen Leuten fällt immer etwas ein,« grummelte Schmiedeeisen. So kehrten die Waldzwerge zurück zu ihren Wurzelbeeten. Schließlich war es an der Zeit, mit der Ernte zu beginnen. Stunde für Stunde arbeiteten sie sich durch den Rest des Tages, der ihnen genug Gründe gegeben hatte, mürrisch zu sein. Sie gruben die Wurzeln mit ihren Spaten und Hacken aus dem Boden, hoben die wertvollen Pflanzen aus der Erde und sammelten sie in ihrem Sammeltaschen. Sobald diese voll waren, wurden die Wurzeln in die großen Körbe am Feldrand gekippt, die sich mit der Zeit bis an den Rand füllten. Die Waldzwerge gönnten sich erst eine Pause, nachdem sie alle Wurzeln eingesammelt hatten und der anstrengendste Teil der Ernte vorüber war. Es war wirklich eine reiche Ernte gewesen, doch noch hatte keiner der schweigsamen Zwerge die Gelegenheit gefunden, sich darüber zu freuen. Steinberg setzte sich an den Feldrand und begann, seine Pfeife zu paffen. Holzer kaute gedankenvoll an einem Grashalm und grübelte vor sich hin. Schmiedeeisen war nicht einmal nach Grübeln zumute und putzte Wurzeln. Später trugen sie einen Korb nach dem anderen in ihr Haus und verstauten die Zwergwurzeln in den Kellerschächten, gleich neben den Apparaten, mit denen sie die Wurzeln pressten und den Blausaft herstellten. Sie ließen sich dabei viel Zeit, denn sie wussten, dass sie, sobald sie fertig waren, an die unfreundlichen Dachse denken würden, über die sie sich so geärgert hatten. Den Abend wollten sie im Freien verbringen, deshalb schafften sie ein paar Stühle vor die Tür ihrer Wohnung. Unter freiem Himmel konnten sie ihre Gedanken schweifen lassen und den Ärger vergessen. Langsam wurde es dunkel und in der Ferne begannen Vögel zu singen. Ihre Lieder erreichten auch die entlegensten Winkel des dunklen und stillen Mäusewaldes. Plötzlich erklang ein völlig anderes Geräusch. Ein merkwürdiges Scheppern und Quietschen, das anfangs nur leise gewesen war und dann zunehmend lauter wurde, erregte die Aufmerksamkeit der Waldzwerge. Als sie sich umsahen, um die Quelle dieses Geräusches auszumachen, bemerkten sie ein schwaches Licht, das zwischen den Bäumen in der Dunkelheit hin und her hüpfte und heller wurde, während es sich auf die Zwerge zubewegte. Es war der Dachs, der auf seinem Fahrradwagen auf sie zuradelte. Auf der Ladefläche des rumpelnden Gefährts stand seine Frau und hielt etwas in den Händen. Vor der Wohnung der Zwerge angekommen, bremste der Dachs und stieg von seinem Fahrrad. »Hallo, wir haben gar keine Gelegenheit gehabt, uns angemessen bei Ihnen zu bedanken. Ohne Ihre Hilfe wären wir da nicht rausgekommen,« sagte er und dankte jedem der drei Waldzwerge, die sich in einer Reihe aufgestellt hatten, mit einem festen Händedruck. »Wir haben uns schon heute Nachmittag überlegt, womit wir Ihnen eine Freude machen können,« sagte die Frau lachend. »Es war nicht leicht, das können Sie uns glauben. Mein Mann Peter meinte, Sie würden sich bestimmt über einen Blaubeerkuchen freuen, aber ich glaube, dass Sie einen selbstgemachten Rhabarberkuchen zu schätzen wissen.« Dann zauberte sie unter einem Geschirrtuch einen duftenden Rhabarberkuchen hervor und überreichte ihn dem erstaunten Steinberg. In ihrer Überraschung vergaßen die Zwerge völlig, dass sie Rhabarberkuchen noch nie ausstehen konnten. »Vielen Dank für Ihre große Hilfe,« sagte die Dexin. »Wahr uns ein Vergnügen,« antwortete Steinberg, als er den frisch gebackenen Kuchen entgegennahm und verbeugte sich leicht, weil er der Meinung war, dass man das so macht. Holzer schüttelte den beiden Dachsen die Hand und brummte leicht bewegt. »Willkommen in der Nachbarschaft.« Schmiedeeisen wollte vielleicht grummeln, weil ihm die Worte fehlten, aber es klang eher nach einem gerührten Seufzer. Dann verabschiedeten sich die Dachse und rumpelten auf ihrem Wagen in die Dunkelheit davon. Die Fahrradlampe brannte hell und war im Dunkeln gut zu sehen. Die Waldzwerge blickten dem Wagen hinterher, bis sein Licht zwischen den Bäumen nicht mehr zu sehen war. Zurück in ihrer Wohnung platzierte Steinberg den Kuchen in der Mitte des Küchentischs und ließ sich auf einen Stuhl fallen. »Pah, da haben Sie uns doch tatsächlich einen Kuchen gebracht,« sagte er und blickte auf den Kuchen, der für einen Rhabarberkuchen sehr appetitlich aussah. »Sieht ganz so aus. Da haben Sie uns wirklich einen Kuchen gebracht,« gab Holzer zu und dachte nach. Steinberg stand auf und lief um den Tisch herum. Dabei kratzte er sich nachdenklich am Kinn. Die beiden anderen Zwerge waren gespannt, ob ihm etwas einfallen würde. »Wir werden uns für den Kuchen revanchieren. Sonst unterstellen die uns noch, wir seien schlechte Nachbarn,« sagte der Älteste der Zwerge und sah seine Mitbewohner entschlossen an. Dabei deutete er in Richtung der Kellertür, hinter der die vielen frisch geernteten Zwergwurzeln gelagert waren. Später feierten die Waldzwerge ausgelassen und aßen genüsslich ihren Rhabarberkuchen, der übrigens einen ganz besonderen Geschmack hatte, an dem man sich durchaus gewöhnen konnte. Dann stießen sie mit Wurzelbier auf ihre neuen Nachbarn an. Bis spät in die Nacht waren die Fenster der Zwergenwohnung hell erleuchtet und vom Kamin her stiegen dicke, blaue Dampfwolken in den Nachthimmel auf. Noch lange konnte man die zischenden und rumpelnden Geräusche der Maschinen und Apparaturen aus den Kellerschächten hören, mit denen die Zwerge die ersten Flaschen Blausaft dieses Jahrgangs pressten und abfüllten.